Gäste, die sind aus Kaiserslautern eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Seit zehn Jahren halten sie der Stadt so einen Spiegel vor, genauso wie der großen Politik in Berlin, vom, wie Sie sagen, Lautringer Oberbürgermeister bis zur Kanzlerin. Jeder bekommt sein Fett weg. Die Untiere sind hochprofessionell, höchst unterhaltsam und dahinter stecken vor allem zwei Köpfe, der Gründer Wolfgang Marschall und seine Frau Marina Tamaschi. Zum zehnjährigen Jubiläum, da starten sie jetzt unter anderem ein großes Jubiläumsprogramm auf der Bühne. Vor kurzem sitze ich im Bus, zwei Schüler hinter mir. Sagt der eine, was weißt denn du vom Bundestag? Sagt der andere, das ist für mich ein Tag wie jeder andere auch. Mit spitzer Feder zu texten, das liegt dem Kabarettisten Wolfgang Marschall. Er ist in Kaiserslautern verwurzelt. Hier schreibt er, für sich und auch für andere Kabarettisten. 2009 rief er das Ensemble Die Untiere ins Leben, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Marina Tamaschi. Marina Tamaschi ist vielseitig. Mal tritt sie als Teufelchen auf. Mal als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Mitbürger und Mitbürger, da bin ich wieder. Guten Abend. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Kabaretttheater. Bei der Arbeit. Eigentlich ganz zufällig. Jetzt stehen die Untiere um Wolfgang Marschall und Marina Tamaschi mit ihrem Jubiläumsprogramm auf der Bühne. Auch nach zehn Jahren noch kein bisschen leise. Marina Tamaschi, Wolfgang Marschall. Schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Zehn Jahre klingt eigentlich wie ein kleines Jubiläum. Aber es ist tatsächlich in einer Stadt wie Kaiserslautern, kann man sagen, ein richtig großes Jubiläum. Wie stolz sind Sie darauf, auf diese Dekade? Ja, stolz wie Bolle natürlich. Klar, top. Es ist schwer, natürlich in einer kleinen Großstadt zu überleben. Auch ohne Subventionen zu überleben. Wir funktionieren ja eigentlich wie ein Kleinteater. Aber wir leben von der Hand in den Mund. Also sprich, der Eintrittskarte in die Kasse. Und dass es so lange geklappt hat, ist schon eine tolle Sache. Das spricht natürlich auch für die Stadt und für die Treue unseres Publikums. Und auch für die gute Vorlagenlage, die wir durch das Lauterer Rathaus haben. Also wir haben viel Stoff. Das ist erstaunlich für die Stadtgröße. Kaiserslautern bietet jede Menge von allem. Wie reagieren, ich habe es gerade gesagt, der Lautringer Oberbürgermeister Klaus Weichel zum Beispiel und andere, die Sie wirklich gerne aufs Korn nehmen. Auch das ist Kult in Kaiserslautern. Wie reagieren die auf das, was Sie da präsentiert bekommen? Die kommen ja zum Teil auch. Mittlerweile ja, doch entspannter. Ja, auch. Also ich muss sagen, es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass es eigentlich auch für eine professionelle und souveräne Haltung spricht, wenn man über sich selber lachen kann. Und das kann also unser Oberbürgermeister inzwischen wirklich richtig gut. Und der macht sogar manchmal Werbung für uns. Also da haben wir gemerkt, so, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Wir haben uns natürlich auch viele Feinde gemacht. Ist so. Ja, aber mehr in der zweiten Reihe. Also mehr so Stadträte, die dann für den OB stellvertretend beleidigt sind. Sich echauffieren. Und da wurde auch schon richtig gegen uns gearbeitet. Aber inzwischen ist es ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Was treibt Sie trotzdem an, auch gegen Widerstände beispielsweise, in so einer Stadt so ein wirklich hochprofessionelles Programm zu bieten? Jeden Monat mit neuem Inhalt? Naja, also wie gesagt, die Spielfreude an sich natürlich, sich künstlerisch auszudrücken. Aber viel Feind, viel Ehr ist natürlich ja auch. Es ist auch so, dass natürlich die Reaktionen, die kommen, das ist natürlich immer ein bisschen spannender, als wenn man nur Bundeskabarett macht. Also wenn ich aus Kaiserslautern oder aus der Pfalz auftrete und mache eine Bemerkung über Merkel und Co., dann juckt das Merkel und Co. überhaupt nicht. Natürlich aber in so einer Gemeinde wie Kaiserslautern, wo wir uns alle auch sehr gut kennen, wo ich auch mal mit dem OB zusammen Biologie studiert habe. Wir kennen uns ewig. Das war am Anfang auch eine Irritation für ihn und manchmal auch für mich. Das wird unmittelbarer. Sie kriegen das direkt mit. Und wir werden auch regelmäßig von unserem Publikum informiert, auch manchmal aus dem Stadtrat heraus informiert, womit wir uns mal befassen müssten. Wirklich, da kommen Insider-Informationen? Wir kommen Insider-Informationen. Wir recherchieren allerdings immer nach. Also wir sind da immer sehr vorsichtig, was wir wirklich dann behaupten können. Wie haben Sie denn trotzdem, ohne Bundespolitik geht es auch nicht, die Merkel in sich entdeckt, die Kanzlerin? Es wurde eher entdeckt, ja. Also meine Selbstwahrnehmung war natürlich eine völlig andere, auch schon damals. Also ich sehe ja nicht aus wie Merkel, wenn man mich jetzt so aussieht. Aber es geht ganz schnell und dann gelingt es. Ja, aber natürlich, ich brauche eine Stunde in der Maske auf jeden Fall. Aber dann geht es, wuppt das ganz schnell rum, ja. Der Hintergrund der Geschichte, Sie mussten jemanden setzen. Springen, genau, für einen Kollegen, der eigentlich gebucht war, für eine große Veranstaltung, ja, und konnte da nicht. Es gab irgendeine Irritation, ich weiß nicht mehr so genau, das war zehn Jahre her. Ja, Neujahrsempfang 2010 war es. Und ich habe von Marina einige Synchronarbeiten, weil sie auch Synchronsprecherin ist, gesehen. Das waren Anime-Filme, wo sie allein fünf Rollen spricht. Und ich muss sagen, ich war da schon lange mit ihr zusammen, ich hätte sie überhaupt nirgends erkannt. Ich habe gesagt, wenn du das so toll kannst und das immer wieder abrufen, dann kriegst du doch auch die Merkel in. Und da war der Ehrgeiz geweckt. Und dann hatten wir tatsächlich in Kaiserslautern ein Perückengeschäft und die hatten eine Merkel-Perücke. Das war der Start. Innerhalb von anderthalb Wochen habe ich mir dann Frau Merkel drauf geschafft. Erst mal genau. Ja, genau. Und mit YouTube halt gearbeitet, also mit immer wieder wiederholt, die Sprache wiederholt und dann, klar, Perücke, Blazer, zack. Dann haben wir einen Film direkt dazu dann gedreht für diesen Neujahrsempfang und dann auch auf der Bühne dann gespielt. Und dann kam das so gut an, dass gesagt, okay, die ist im Programm und jetzt bin ich damit deutschlandweit unterwegs. Das ist das eine. Und das andere ist, Sie sind die Merkel sozusagen und Sie sind auch der Namensgeber, der Untiere. Ja, die Untiere. Das, ja, also wir haben natürlich gesucht, wie könnten wir uns nennen. Und dann habe ich recherchiert. Klar, es gibt ja so viele Kabaretts, die Tiernamen haben. Also zum Beispiel die Stachelschweine, die Wühlmäuse und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, Tiere. Aber wir sind keine Tiere. Wir sind also nicht Tiere. Und Tiere. Und dann fand ich das einfach spannend. Was sind Untiere? Ja, die sind immer ein bisschen mysteriös und vielleicht ein bisschen krallen und klauen. Und ich sage ja auch immer, wir sind die Untiere und nicht der Streichelzoo. Und so haben wir uns einfach einen Namen jetzt auch gemacht. Das ist einprägsam. Und wenn wir die Straße laufen, dann sagen auch ganz viele Leute, das sind die Untiere. Und das ist einprägsam. Zum 10-Jährigen wünsche ich alles Gute. Der 18. und 19. Januar in Kaiserslautern im SWR-Studio. Sind komplett ausverkauft. Am 2. Februar sind sie in Bad Dürkheim. Aschermittwoch kann man das große Programm. Unbedingt. Ein aktuelles Programm mit Thomas Freitag. Und wenn Sie dann noch eine eigene Bühne hätten, das ist das Nächste. Da reden wir das nächste Mal drüber. Unser kabarettistischer Aschermittwoch im Edith-Steinhaus dann. Danke Ihnen für den Besuch. Alles Gute.